Ich hab's nicht mitgezählt. Ja, wenn ich treffen will, könnte man's nachvollziehen. Es waren jetzt hier. Ja, im Wasserfall drin kann ich nicht springen anscheinend. Nein, es waren keine fünf. Es waren sechs. Aber ja, es dauern. Ach, hier waren wir auch schon drin. Habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert. Wäre wahrscheinlich auch besser gewesen. Ja, da unten wird ich mir die Stacheln. Ich weiß nicht, glaube ich bin letztes Mal nebengeschwung. Dann nehme ich einfach mal das Ding hier. Vielleicht bringt mir das was. Ja, stimmt, der despaunt ja nicht. Die Waffe wechseln. Ich springe mich da rüber. Mal gucken, ob... Ja, wir können auch oben rüber springen. Vielleicht klappt es damit. Super, hat geklappt. Ja, ein Fisch. Ja, das war nicht gut. Nehmen wir wieder einen Arcoil. Kein Plan, was das ist. Warum heißt das so? Scheiße, ich bin tot. Das sieht nach einem weiteren Level aus, was ich nicht schaffe. Aber... Ich bin halt ein bisschen motivierter, deswegen probiert es einfach mal. Ich will ja auch das Race gegen Derfer gewinnen. Wird zwar wenig springen. Wir haben nun noch nicht ausgemacht, was der Gewinner bekommt, was der Verlierer machen muss, oder sonst was. Und ich bin tot. Das war ja... Sehr schlau. Ah, haben wir noch ein Leben. Schön. Na, es ist das Letzte. Und wenn ich die Stage verkacke, wie viel mehr ausmalen ist, habe ich nicht mehr. Ich habe mal Pharao Man aufgenommen. Wingman, Brightman und Drillman. Wir sind wahrscheinlich alle nicht unbedingt besser. Na, wir haben vier Hits. Sechs waren es, die wir brauchten. Da sehen wir, der geht down. Wie stelle ich das jetzt an, hier ohne getroffen zu werden? Ja, da haben wir schon einen Hit kassiert. Kann ich leider nichts für. War der Mob, der dran schuld war. Nehmen wir wieder den Arcoil. Droppen ihn total sinnlos. Ja. Wir nehmen einfach nochmal. Wir probieren es nochmal. Hat geklappt. Und die mache ich das jetzt. Ich muss runter, muss direkt das Ding scheißen. Muss hochspringen. Und mich treffen lassen. Aber wenn ich dafür durchkomme... Da ist schon der Boss. Puh, wir haben halbes Leben. Hm, ich sehe es schon. Komm, ich bin gleich tot. Dann ist dem Ober. Ach so, mein Boss speichern. Selbsthilfe. Stimmt, das hilft mir bestimmt weiter. Ja. Geh weg. Ja, was war das für ein Scheiß. Nochmal. Ja, komm. Die soll man dem Ding ausreichen. Anscheinend nicht. Ja, ich bringe mich direkt an. Und mache mich direkt tot. Halbes Leben ist anscheinend nicht genug. Ich probiere es weiter. Ah. Nochmal. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Aha, wenn wir ihn anschießen, macht er seinen Skill nicht. Das heißt, theoretisch. Wir können ihn immer unterbrechen. Ja, er springt, wenn man ihn anschießt. Das macht das ganz natürlich gleich, wenn man weiß, wie der Boss funktioniert. Ja, gut. Ich hab's raus, wie es funktioniert. Das freut mich. Wir gucken mal, ob das das Teil mehr Damage macht. Nein, es macht gar keinen. Ja, das sieht ziemlich simpel aus. Ist es auch, wenn man weiß, wie. Erfreulich, dass ich's rausgezündet hab. Haben wir anscheinend schon zwei Level geschafft. Jetzt hätte ich's fast wieder verkackt. Ja, wenn du dir jetzt anguckst, Berfa. Ich hab zwei Bosse Platz. Du bist noch bei einem. Oder du hast mir nicht gesagt, wie viel du hast. Vielleicht bist du schon durch. Aber im Moment bin ich anscheinend froh. Gibt sich denn eine neue Waffe? Was bekommen wir jetzt? Den Rainflash? Gibt's wohl das, den was Aiden benutzt hat? Na, was bekommen wir noch was? Rushmarine Adapter. Wird's wahrscheinlich irgendwas total Tolles sein. Ja. Wir sehen, zwei sind weg. Sechs offen. Damit sehen wir uns im nächsten Take wieder. Wenn ich wieder Megaman aufnehme. Seid dabei, tut's euch an. Bis dann.